So, und was machen wir jetzt? Ja, würde mich auch mal interessieren. Ach was wohl, erst mal vorstellen. Hallo, wir sind die Ehe-Schlauzen. Salam Aleikum. Die weltberühmten Komiker vom Klauer-Basee. Salam Aleikum. Was, steht da gar nicht auf den Zettel? Die stadtbekannten Komiker vom Klauer-Basee. Salam Aleikum. Na du erst noch. Die im ganzen Dorf bekannten Komiker vom Klauer-Basee. Salam Aleikum. Und? Was machen wir jetzt? Ja, würde mich auch mal interessieren. Na Mensch Leute, dann bring mal einen neuen Song heraus. Juhu, schon ein pechiger Party-Kram. Oder besser, einen geilen Sommerhit. Nee, nee, das hat man doch alles schon. Wir machen mal was Neues. Und zwar was ganz, ganz Trauriges. Eine Liebestragödie. Habe ich euch doch schon mal erzählt. Ach das? Ja, dann geht es doch um diesen Mustafa. Nee, in dem Lied geht es um die Sulaika. Was? Ich denke es geht um den großen, mächtigen Sultan. Wie heißt denn das Lied überhaupt? Salam Aleikum. Nee, nee, das Lied heißt Mustafa. Ja. Oh Mustafa, oh Mustafa. Können wir da mal reinhören? Na klar. Das kommt des Sultans doch dagegen. Der Kunde sieht, oh Mustafa. Ist doch die Welt genau so schön. Wer macht sich vor hier in den Sand? Da ruft Sulaika ganz leise die Hand. Zwei Sultaniner warten nie. Jedoch er konnte, er konnte entfliehen. Salam Aleikum, Allah sei mir gnädig. Und muster fadeln dich in Nacht. Das Sulaika, bleibe lieber ledig. Wer weiß was sonst der Sultan mag. So Leute, ab jetzt zum Downloaden. Die Iggeschanzen mit Mustafa. Salam Aleikum. Hallo, ihr könnt mich jetzt wieder runterheben. Na, Video, das heißt runterladen. Unterladen. Auf Wiedersehen. Paul So schön